Herzlich Willkommen zum nächsten Video im Bereich der TA-Lärm. Als nächstes beschäftigen wir uns mit einer weiteren Lärmquelle, die sehr häufig im gewerblichen Bereich auch zu finden ist. Das sind Parkplätze als Lärmquelle. Das können jetzt Parkplätze sein von Supermärkten, von Einkaufszentren, aber auch Büroparkplätze, die im Zusammenhang mit einer Produktion oder Büroarbeitsplätzen entstehen. Es sind damit auch nicht nur ebenerdige Parkplätze gemeint oder können damit berechnet werden, sondern auch Parkhäuser. Das, was wir untersuchen werden oder kurz beleuchten werden, ist die sogenannte Parkplatz-Lärm-Studie. Aus Bayern kommt die und Sie finden die im Volltext auch in ihrem Materialordner. Und mithilfe dieser Parkplatz-Lärm-Studie, wir werden hier nur das vereinfachte Verfahren, das zusammengefasste Verfahren betrachten, ist es möglich, die Schallleistung, den Schallleistungspegel eines Parkplatzes zu bestimmen. Das hängt, wie wir hier sehen, von verschiedenen Faktoren oder Parametern ab, die wir jetzt im Einzelnen kurz beleuchten werden. Also, was wir ermitteln, ist ein flächenbezogener Schallleistungspegel LW' oder Doppelstrich. Das heißt, eine Schallleistung, ein Schallleistungspegel, den ich beziehe auf jeden Quadratmeter meines Parkplatzes. Das ist für Computerberechnungen auch eindeutig die bessere Wahl. Dann muss ich nur die Fläche anlegen und hinterlege den Flächenschallleistungspegel, beziehungsweise das Programm macht das automatisch und rechnet dann auch richtig. Für Handrechnungen ist das aber unpraktisch, weil dann müsste ich jeden Quadratmeter als Punktschallquelle symbolisieren und berechnen. Das heißt, für Handrechnungen verwenden wir dann in der Regel den zusammengefassten Schallleistungspegel LW' für die einzelne Schallquelle. Das heißt, ich ersetze den gesamten Parkplatz durch eine einzige Schallquelle in der Flächenmitte. Das muss bestimmten Bedingungen genügen, die wir uns dann auch gleich noch anschauen. Von welchen Parametern hängt nun der Schallleistungspegel ab? Schauen wir uns das an. In dieser Formel, die Sie in anderer Darstellung in der Parkplatzlärmstudie finden, fließt zum einen der Bezugsschallleistungspegel LW' 0 ein. Das sind 63 dB. Da müssen wir jetzt wissen, wie ist die Parkplatzlärmstudie entstanden? Naja, Sie messen verschiedene Parkplätze, ganz viele, untersuchen die vorhandenen Parameter und entwickeln so einen aus einzelnen Bausteinen oder Summanden bestehenden Rechenweg letzten Endes zur näherungsweisen Bestimmung. Das heißt, ich fange an mit dem Bezugsschallleistungspegel von 63 dB, zu dem ich dann verschiedene Summanden addiere bzw. subtrahiere. Was ist das im Einzelnen? Das ist ein Wert für die Parkplatzart, ein Korrekturwert für die Parkplatzart und für den Impulsgehalt der Parkplatznutzung. Beides findet sich in Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie. Gucken wir uns gleich an. Dann gibt es einen Wert Kd, der sich bezieht auf den Parksuchverkehr, auf den Durchgangsverkehr und abhängt von der Stellplatzgröße. Das Ganze wird dann erst maßgeblich ab 10 Stellplätzen und berechnet sich nach dieser Formel hier. Dann sehen wir hier einen Wert, einen Korrekturwert, den wir auch später wiedersehen werden beim Verkehrslärm. Der abhängt von der Straßenoberfläche, vom Belag. Der kann auch verschiedene Werte annehmen. Gucken uns auch gleich an. Und dann findet die Umrechnung statt hier. 10 mal Logarithmus, b mal n. B und n entnehmen wir aus der Tabelle 33. Das ist aber im Prinzip, die kann das sein, die Anzahl der Parkplätze und deren Wechselhäufigkeit. Es hätte ja einen Unterschied machen, ob ich einen Nahversorger habe, einen Aldi, Lidl, Edeka, was auch immer, wo regelmäßig ein Parkplatzwechsel stattfindet oder ob ich einen Mitarbeiterparkplatz habe, der überwiegend vielleicht morgens und abends genutzt wird. Und im letzten Schritt, minus 10 mal Logarithmus, s. s ist die Fläche des Parkplatzes, findet hier jetzt die Umrechnung statt von der Punktschallquelle. Also bis zu diesem Schritt habe ich die Punktschallquelle und hier rechne ich das dann um auf die Fläche und erhalte dann den flächenbezogenen Schallleistungspegel. Das heißt, wenn ich jetzt daraus wieder die Punktschallquelle berechnen möchte, mache ich den letzten Schritt wieder rückgängig, also plus 10 mal Logarithmus Parkplatzfläche. Das ist eigentlich das ganze Rechenverfahren, nichts Geheimnisvolles. Frage ist, wie nehme ich jetzt bestimmte Werte an, wenn ich in der Planungsphase vielleicht noch nicht alle Informationen habe. Schauen wir uns das an. Zunächst die Tabelle 34. Das sind Zuschläge für verschiedene Parkplatzarten, und zwar für die Parkplatzart und für den Impulsgehalt. Da sehen wir jetzt verschiedene Parkplatznutzungen aufgelistet für PKW-Parkplätze, Omnibushaltestellen und so weiter und verschiedene Nutzungen zum Beispiel von PKW-Parkplätzen. Hier zum Beispiel Park&Ride-Parkplätze, Parkplätze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplätze, Parkplätze am Rand der Innenstadt. Der Parkplatz der Hochschule wäre zum Beispiel klassischerweise so ein Park&Ride-Parkplatz. Das ist der Normalfall, also kein Zuschlag für die Parkplatzart und ein Impulszuschlag von 4 Dezibel. Der Impulszuschlag soll dabei Türen schlagen, Kofferraum schlagen und so weiter berücksichtigen. Dann gibt es hier Parkplätze an Einkaufszentren. Jetzt wird da amüsanterweise unterschieden zwischen Standard-Einkaufswagen auf Asphalt und dem ungünstigsten Fall Standard-Einkaufswagen auf Pflasterbelag. Davon hängt dann der Zuschlag für die Parkplatzart ab. Durch den Einkaufswagen überwiegend habe ich hier im Vergleich zum Mitarbeiterparkplatz schon mal einen Zuschlag von 3 dB bzw. 5 dB, wenn ich einen Standard-Einkaufswagen habe. Und wenn ich jetzt lärmarme Einkaufswagen habe, lärmoptimierte Einkaufswagen, die gibt es auch, dann entfällt hier hinten oder reduziert sich der zweite Zuschlag von 5 dB auf 3 dB. Der Impulsgehalt bleibt jeweils bei 4 dB. Und so kann ich mir aus der Tabelle das für meinen Anwendungsfall den richtigen Zuschlag raussuchen. Tabelle 33, da gehen zwei Sachen ein. Da geht ein der Anhaltswert n, der Bewegungshäufigkeit, also wie oft pro Stunde wechselt ein Parkplatz sein Auto, könnte man sagen. Und das findet sich hier n gleich Bewegungen pro Bezugsgröße. Also b0 und h, das ist die Bezugsgröße. Das findet sich dann auch nochmal... Genau, hier gibt es dann verschiedene Werte, keine Bezugsgröße, sondern Angabe der Bewegungen je Stunde. Also das wechselt dann auch je nachdem, auf was sich das Ganze bezieht. Hier haben wir die Einheit der Bezugsgröße. Das heißt, bei Park-and-Ride-Parkplätzen haben wir die Bezugsgröße ein Stellplatz und dann ist die Wechselhäufigkeit n die Bewegungen pro Parkplatz pro Stunde. Das heißt, am Beispiel der ersten Zeile für einen Park-and-Ride-Parkplatz, stadtnah, gebührenfrei, Bezugsgröße ein Stellplatz, Wechselhäufigkeit am Tag 0,3. Das heißt, ungefähr alle drei Stunden wechselt dann der Parkplatz das Fahrzeug. Nachts wären es dann 0,06, die Wechselhäufigkeit und die ungünstigste Nachtstunde, und die muss ich ja für die TA-Lärm berücksichtigen, ist die Wechselhäufigkeit 0,16. Schauen wir uns jetzt einen anderen Fall an, wo das vielleicht nicht ein Stellplatz ist als Bezugsgröße, sondern die Bezugsgröße bei Diskotheken zum Beispiel oder bei Einkaufsmärkten ist die Bezugsgröße ein Quadratmeter Nettoverkaufsfläche. Das heißt, man sagt da, egal wie groß der Parkplatz ist, die Anzahl der Kunden hängt nicht davon ab, wie viele Parkplätze es gibt, sondern die Anzahl der Kunden hängt davon ab, wie groß der Verbrauchermarkt ist. Wenn ich also einen Verbrauchermarkt habe mit 1.000 Quadratmetern Nettoverkaufsfläche, dann kann ich sagen 1.000 mal 0,1, also 100 Fahrzeugwechsel pro Stunde, könnte ich dann sagen, oder pro Quadratmeter eben 10% oder 0,1 als Wechselhäufigkeit. Das heißt, bei dieser Tabelle 33 muss ich jetzt aufpassen, welche Bezugsgröße ich da wähle, damit die Bewegungshäufigkeit, die ich ermittle, auch dazu passt. Die Anzahl der Stellplätze ergibt sich dadurch nicht, sondern nur die Wechselhäufigkeit hängt davon ab. Schauen wir mal weiter. Ähnlich zur städtebaulichen Lärmplanung findet sich jetzt hier in der Parkplatz-Lärmstudie auch ein Anhaltswert, ein Designwert für so eine erste Konzeption in der frühen Planungsphase, dass ich aus dieser Tabelle 37 Anhaltswerte für den Mindestabstand ablesen kann. Das heißt, wenn ich vorhabe, einen Parkplatz in der Nähe eines reinen Wohngebietes zum Beispiel zu errichten mit einem entsprechenden Emissionsrichtwert, wobei das hier unter der Bedingung gilt, dass es nachts ist. Nachts ist ungünstig. Also für Tag gelten diese Mindestabstände gar nicht. Und ich hätte jetzt hier einen Pkw-Stellplatz, einen Pkw-Parkplatz, Entschuldigung, ohne Einkaufsmarkt in der Nähe, dann wäre der Mindestabstand 43 Metern. Ich kann näher ranrutschen, muss mir dann aber wiederum Gedanken machen über eine Lärmminderung gegebenenfalls. Also dann muss ich den Parkplatz genauer betrachten. Also diese Tabelle 37 gilt nur für so eine erste Designphase, eine frühe Phase, wo ich auch wirklich gar nicht genauer rechnen möchte. Und dann gibt es, wenn Sie sich die Parkplatz-Lärmstudie anschauen, ein sogenanntes Punktschallquellenkriterium. Darüber habe ich ganz am Anfang gesprochen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Vielen Dank. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.